Was geht ab, Leute? Euer Fraps ist hier, heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video geht es auf jeden Fall um den Fortnite-Gegenstand-Shop. Was ich euch schon mal sagen kann, ist, Freunde, dass uns heute dieser Weltmeister-Skin erwartet. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob Buga heute am Start ist, oder wie der Bre halt ganz genau ausgesprochen wird. Aber soweit ich weiß, Buga. Auf jeden Fall würde ich sagen, dass wir einfach mal in den Item-Shop reinschauen. So, was haben wir heute am Start, meine Freunde? Alles klar, also Taku ist noch da, LeBron James ist noch da, diese Regenbogen, kostenlosen Sachen sind noch da, habe ich ja heute Mittag schon ein Video gemacht, im täglichen Bereich und ansonsten im vorgestellten Bereich, paar Sachen sind wieder zurück und Buga ist heute im Shop. Ich würde sagen, Freunde, wir fangen wie immer heute im täglichen Bereich an. Wie ich sehen kann, gibt es dort auf jeden Fall 5 Emotes heute. Wir gehen mal schnell durch. Es ist kompliziert nach 38 Tagen wieder zurück. Dann haben wir schwere Schritte nach 42 Tagen wieder am Start. Wir haben Zeit zu tanzen nach 30 Tagen wieder erhalten. Showstopper nach 34 Tagen und zu guter Letzt diesen Extra-Trial nach 30 Tagen wieder am Start und die Expertin ist nach 54 Tagen wieder zurück. Dann geht es eigentlich auch schon hier nach oben. Hier oben haben wir einmal den Marius als Skin wieder erhalten, nach 30 Tagen. Der BD hat auf jeden Fall unterschiedliche Stile, wie ihr sehen könnt. Ist natürlich eine Geschmackssache, aber kann man auf jeden Fall machen, ist okay. Dann, meine Freunde, haben wir hier die Spinnenskins nach 48 Tagen zurück und nach einem Monat den Unterdrücker. Dann kommen wir heute zum interessanten Teil, und zwar zum Buga-Paket. Wir haben zum einen das Outfit von dem Bre hier, wie ihr sehen könnt, in unterschiedlichen Versionen. Ich persönlich finde die mittelste Version am coolsten. Könnt ihr hier mal gerne reinschreiben, wie ihr es findet. Rücken-Assetoren ist nicht so nice. Die Spitzsacken sind mega cool auf jeden Fall. Und dann haben wir nochmal den Emote. Den Emote finde ich persönlich auf jeden Fall richtig cool. Ansonsten, meine Freunde, was ich noch sagen kann, ist, kann man auf jeden Fall gerne mitnehmen. Eure Meinung dazu unten in den Kommentaren würde mich auf jeden Fall interessieren. Und soweit soll das eigentlich auch schon mit dem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne mal einen Daumen hoch. Wenn ihr seht, dann bitte den Glockzeug. Wenn ihr nicht fahrt, dann mal raus und wieder sagen, haut rein. Geht mit mir, verheirat und ciao. Geht mit mir, verheirat und beheirat 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 und be